So, kommen Sie jetzt also in den Genuss einer wirklichen Weltuuraufführung. Besser gesagt, gestern war es schon mal gemacht, aber das zählt ja nicht. Also das ist die Weltuuraufführung um 17 Uhr. Das kleine Meisterwerk heißt, wir freuen uns auf die Weihnachtszeit und damit wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß. In einer Stufe unserer Zeit ist alles schon geschmückt. Steht alles für das Fest bereit, die Leute spielen verrückt. Sie rennen durch das Kaufhaus noch mit Tüten schwer bepackt, wo's überall nach Plätzchen noch die Stimmung dann zu Haus schon sagt. Wir freuen uns auf die Weihnachtszeit, so wie ein jedes Jahr. Denn dann wird das Vorübergang, sind alle wieder klar. Von Oma bis zu unserer Tante, alle will man sehen. Geschenke tauschen mit Verwandten, sie dann wieder gehen. In jedem Jahr die gleiche Leier, so feiern wir dies fest. Hier ein Tag wieder noch mehr Leier. Wo ist denn nur die Wolkenzeit, die diese stille Zeit beschreit? Wir freuen uns auf die Weihnachtszeit, so wie ein jedes Jahr. Denn dann wird das Vorübergang, sind alle wieder klar. Die Oma schmückt den Tannenbaum, die Mutter macht Gebäck. Des Vaters Braten ist ein Traum, auf das es alles schmeckt. Der Opa kriegt die Panik schon, die Lichter gehen nicht. Verschwunden ist der kleine Sohn, sie finden ihn im Kleiderschrank. Wir freuen uns auf die Weihnachtszeit, so wie ein jedes Jahr. Denn dann wird das Vorübergang, sind alle wieder klar. Wir freuen uns auf die Weihnachtszeit, so wie ein jedes Jahr. Denn dann wird das Vorübergang, sind alle wieder klar. Und dann wird das Vorübergang, sind alle wieder klar.